Hey meine Freunde, wir haben es überlebt, sind irgendwie von dem Felsen runtergekommen. Ja, euch ist vielleicht aufgefallen, dass das letzte, weil ich 40 Minuten am Stück da aufgenommen habe, da ich daraus zwei Folgen gemacht habe, aber jetzt geht es wieder weiter mit unseren Abenteuer. Da oben haben wir schon gezeichnet, jetzt zeichnen wir hier auch nochmal. Oh, der Sonnengut ist weg, deswegen habe ich sofort Sonnenbrand. Okay, dann machen wir jetzt hier noch einmal Kartografieren. So, guck mal, hier haben wir Dorada und hier haben wir lila Korallen. Dann gucken wir uns jetzt mal die lila Korallen an, aber mit unserem Schiff. Und geht da mal ein bisschen tauchen, oder Freunde? Lila Korallen könnte interessant sein, vielleicht neue Baupläne, irgendwas Cooles. Ich habe leider kein Wasser mehr, das heißt, wir können auch nicht mehr ewig unterwegs sein. So eine Schifffahrt braucht man schon echt viele Ressourcen, ne? Zum Glück haben wir diese geschützte Kiste, damit hält unser Trockenfleisch 360 Tage, oder 330 Tage, und selbst die Datteln halten über 170 Tage, also kann man mal machen. Auf der Hauptinsel müssen wir auch nochmal gucken, wie wir ihn Kartografieren. Vielleicht müssen wir hier nochmal ein bisschen mal gucken. Aber, jetzt will ich mal gucken, wie diese Fische überhaupt aussehen. Sind das die? Eigentlich müsste man doch hier angeln können. Okay, das war's, wir müssen wieder hoch. Aber ich sehe die nicht. Dann sind das wohl gleich normale Fische. Kein Angelplatz für Fische. Ah, ich bin ein bisschen vorbei dran. Egal. Gucken wir jetzt nochmal schnell, ob wir da noch ein paar Korallen finden, und dann segeln wir mal zurück. Okay, wir sind mitten drin. Und ab! Das sind wohl die lila Korallen. Normalerweise würdest du ja in der Realität niemals die Korallen mitnehmen. Was bringen die denn? Das Schlimmste, was wir machen, könnte in der Realität da Korallen sammeln gehen. Zerstört das Ökosystem einfach mal komplett. Okay, hier gibt es jetzt mittlerweile drei Punkte. Wir haben das hier. Wir haben das hier fast, und wir haben das. Mhm. Wir haben jetzt die eins am Inseln mal gegründet. So, jetzt habe ich diese Korallen. Aber ich will das Rezept dafür sehen. Aha. Lila Korallen. Und zusammen mit... Doradenflosse. Das ist Medizin. Aber ich habe natürlich keine Hapuna. Ich habe gar nichts mit. Guck hier. 378 Tage, 121 Tage. Wahnsinn. Die Eier habe ich doch gesammelt und mitgenommen. Aber eigentlich können wir jetzt auch hier ein bisschen schlafen. So. Bisschen Vorräte schlabbern. Was essen wir denn? Vielleicht nicht. Sollen wir das denn probieren? Wir müssen voll lange sammeln dafür. Eigentlich will ich die nicht essen. Nur wenn es sein muss. So. Segel setzen. Wir setzen die Segeln hier hin. Eben hoch. Und hier und platzieren. Da will ich hin. Ach so. Aha. Okay. Ich dachte, Segel setzen, dass wir hier so schnell reisen. Aber ist es anscheinend nicht. Ja, dann mal los. Ach so. Da war doch auch irgendwo so ein Angelplatz. Wo war der nochmal? Ich glaube, hier oben war der Angelplatz. Das heißt, wir sollten hier oben hin. Da hin. Okay. Also geradeaus. Ja, es ist jetzt zu spät. Komm. Geradeaus. Aber die Insel hier nehmen wir noch mit. Mega cool mit dem Kanon. Und wenn wir das jetzt nochmal verbessern, dann haben wir so ein überdachtes Bett und dann werden wir auch nicht mehr nass beim Schlafen. Besser geht es gar nicht. Wenn wir dann noch die Ledersachen haben. Ja gut. Dann kriegen wir auch keinen Sonnenbrand mehr. Gib Gummis. Aber die kenne ich noch nicht, ne? Ne, die Insel kennen wir noch nicht. Dann mal los. Ah, ein paar massive Steine. Machen wir hier mal ein Feuer. Dann können wir die Krabben braten. Sonst gibt es hier nichts. Keine Seesterne, gar nichts. Oh. Plan für tragbares Signalfeuer. Tragbares Leuchtfeuer. Würfe es auf den Boden, um eine Stelle zu markieren. Hibiskus und gelbe Blätter. Männisch? Das, das ist ein cooler Plan. So. Keine Sonnenbrand mehr. Jetzt haben wir jetzt so viele Blätter wie geht. Die brauchen wir. Immer. So, jetzt gehen wir hier in den Schatten. Machen wir mal ein Lagerfeuer. Hoffentlich reicht das. Oh, ein Ast. Dann haben wir hier erstmal alles. Dann haben wir hier erstmal alles. Also lohnt sich hier mal so groß auf Erkundung zu gehen. Wir müssen auch noch dahin, wo das Frack ist. Das Frack untersuchen. Ähm. Ah ja. Ach, kann ich gar nicht bei dem. Okay. Auseinandernehmen. So. Bisschen kartografieren. Ja, Vieh ist das nicht, aber... Na gut. Immerhin. Krabben. Oh. Eine Krabbe habe ich wohl übersehen. Ähm. Eine reife Kokosnuss. Genau. Wir machen mal die Kokosnüsse. Dann haben wir ja was zu essen und zu trinken. Und weiter geht's. Jetzt haben wir die Stelle auch kartiert. Ja, wir müssen natürlich mal hier hinten hin, ne? Mal hier auf den Felsen drauf. Ich glaube, wenn wir den schwarzen Felsen kartieren, dann wird uns das auf jeden Fall mal weiterhelfen. Hier ist die Wasserquelle. Da ist gut. Da können wir die Dinger wieder auffüllen. Kommen wir irgendwo auf den... Oh. Oh. Das ist ein... Habt ihr gesehen? Der kam hier hoch. Kann ich dann bestimmt hier fischen, oder? Nein, es gibt keine Fische. Ich finde einen Angelplatz. Oh. Ich muss doch irgendwo hochgehen. Nee, den kommen wir nicht hoch. Aber... Da ist irgendwas mit den Fischen. Und deswegen... Kartieren wir hier. Nix. Nix. Loll. Hat geklappt. Eine Dorade? Oh, verdammt. Komm wieder hoch. Oh. Nicht so stürmisch. Also, wir müssen doch warten, bis die hochkommen. Ah. Ganz so klappt es nicht. Aber das könnte was werden. Pass auf, wenn die jetzt nur einmal hochkommen. Das sind ja nur mindestens drei, oder so. Da kommen sie. Treffer. Oh. Errungenschaft. Wir waren jetzt schon ein bisschen länger hier im Spiel. So. Ich nehme mal zwei mit. Wird ja erstmal reichen. Tierkadaver. Tierkadaver. Legen am Boden, um ihn zu zerlegen. Ich werfe die erstmal hier rein, damit die nicht schlecht werden. Jetzt wissen wir auch, wo wir mal einen Doraden fischen können. Ja, da sind die Kadaverkappen. Ja, da sind die Kadaverkappen. Ja, da sind die Kadaverkappen. Verdübt in fünf Tagen habe ich ja noch ein bisschen Zeit. Gleichkeit muss ich, glaube ich, essen. So. Zunde habe ich auch. Ja, los geht's. Freunde, wir gehen noch einmal hier auf Erkundung. primitive Schiff-Reparatur-Set. Leute. Okay. Ah, das sieht auch aus wie so eine Anlegestelle. Was es hier so gibt. Wir müssen hoch. Dann müssen wir ein Feuer machen und dann müssen wir kartieren. Okay. Endlich. Okay. Okay. Let's go. Okay. Okay, wir machen erstmal die Nacht auf dem Schiff Und dann gehen wir wieder hier hoch Steine zu holen hat den ganzen Tag gedauert Ich kann ja nicht im Dunkeln Kartieren Ah, so viel zu heilen Schwimmen wir einfach einmal um die Insel Ach, sind wir wieder am Wasser? Regnet So, jetzt haben wir alles Dann mal los Gucken wir uns mal das Ganze hier an Also die Steine Ist mit das Beste, was uns passieren konnte Wenn wir noch die Reste des Zutats haben, können wir das Schiff sogar aufrüsten Da haben wir das ultimative Kanu Und dann können wir los Jetzt habe ich auch schon zwei Schiffreparator-Sets gefunden So So, ich denke mir schon Ah, guck mal hier Schakal Können wir auch auseinander nehmen Ah, lange Stöcke Dann so Dann so Jetzt haben wir noch ein paar Von den Stücken hier Ach, guck mal Steine sind auch hier Läuft Hier können wir bleiben Antike Observatorium finden Wieder eine Wieder eine so geschafft Geht zum Rand Richtigen Zeitpunkt an den Rand der Plattform Könntest du mich am Rand der Plattform zu nähern, um mich umzusehen Okay, ausruhen und warten Ach krass, ich kann auf dem Boden schlafen Uh, Rangchenbaum Wasser des Lebens Da kommen wir wahrscheinlich nicht Zum Kartieren Aber Da komme ich hoch Da kommen wir dann einmal kommen wir kohle kein problem ein kleines feuerchen so jetzt wissen wir ein bisschen mehr über die karte aber auch nicht viel mehr aber keiner war den hier so freuen wir uns schon wieder haben wir ein bisschen kato da ist die wasserquelle da nehmen wir uns ein bisschen wasser mit wichtig um auf den reisen frisches obst mitzunehmen und da ist lehm ich glaube wie so ein berserker einmal dadurch und leben ich glaube der boden ist kaputt der bogen ist kaputt das ist unglücklich das ist ein trofeer So, frisches Wasser Keine Sorge, ich hau wieder ab Ich würde nur noch gerne wissen Ich meine So, wir waren hier Wir haben diese Wasserquelle gefunden Und dann sind wir hier hoch und da war irgendwo Was zum Angeln Ich würde nur gerne mal sehen Ob ich mich da geirrt habe Ich würde so gerne mal angeln, aber du kannst hier nirgendwo angeln So, hier war das Und dann bin ich hier irgendwo langgegangen Oh, ich hab das nicht mehr so im Kopf Aber Schatten tut uns auf jeden Fall gut Ich kriege ein Sonnenbrand Immer noch Sonnenbrand Bin ich jetzt hier gelandet? Ein Haufen Schwart Holzspäne Holzspäne können interessant sein Wo wir sind die? Ah Als Zünder Komm, dann kartieren wir hier oben erstmal Das hier scheint ja hier die Ausgangs Die Aussichtsplattform zu sein Orangen Obsidianablagerung Ne Wo Ich hab sie gefunden Sie sind hier unten Ne Spitzhacke Ich komm da mal mit der Spitzhacke wieder Wir haben es geschafft, Freunde Wir haben das Obsidian Dings gefunden Jetzt können wir endlich richtiges Werkzeug herstellen Richtiges Werkzeug Und das bedeutet, wir können auch jetzt Richtige Ausrüstung haben Hat sich auf jeden Fall gelohnt, nochmal hier runter zu gehen Auch wenn das Schiff so weit weg ist Aber das, Freunde, sehen wir beim nächsten Mal wieder Also gerne liken, abonnieren Und bis dann, euer Toschi Ciao Ciao